Musik Frau Merkel, traditionell trifft sich der Bundesvorstand zu Beginn eines neuen Jahres zu seiner Klausurtagung. Was sind in diesem Jahr die Themen? In diesem Jahr ist das Thema natürlich der schleswig-holsteinische Landtagswahlkampf. Deshalb sind wir in Kiel, freuen uns auch hier zu sein und Jus de Jager zu unterstützen. Und zum Zweiten haben wir natürlich die Arbeitsplanung und wir werden uns in diesem Jahr ganz mit der Zukunft Deutschlands und den CDU-Programmen dazu befassen. Es geht also um Innovation vor allen Dingen, um die Energiewende, wie schaffen wir den notwendigen Infrastrukturausbau, um Breitbandverlegung in Deutschland, wie können wir die Infrastruktur schaffen, damit jeder auch ans Internet rankommt, auch in den ländlichen Räumen. Und gerade auch das Thema Medizintechnik spielt hier in Schleswig-Holstein eine große Rolle. Wie können wir unsere Gesundheitswirtschaft auch als Exportschlager einsetzen? Sie haben die anstehende Landtagswahl im Mai schon angesprochen hier in Schleswig-Holstein. Wie können Sie den Spitzenkandidaten der Jager unterstützen? Ja, indem wir persönlich helfen. Ich war hier eben beim Neujahrsempfang in Kiel. Alle Präsidiumsmitglieder oder die allermeisten sind ausgeschwärmt und haben an verschiedenen Orten bei den Neujahrsempfängen teilgenommen. Und wir können natürlich vor allen Dingen auch unterstützen, indem die Bundes-CDU mit der Politik, die wir auch machen, und die Landes-CDU Hand in Hand die Entscheidung treffen. Wenn wir die Rahmenbedingungen vernünftig setzen für den Ausbau von Breitbandversorgung, dann nutzen wir auch dem Land. Andere Themen wird das Land hier selbst lösen. Das hat Juste Jager auch deutlich gemacht. Was sind die politischen Herausforderungen, vor denen die CDU in diesem Jahr steht? Ganz sicher solide Haushaltspolitik. Angesichts zurückgehenden Wachstums auch alle Wachstumsfaktoren mobilisieren und natürlich die Stabilität des Euro sichern. Das wird uns auch in diesem Jahr sicherlich noch viele Monate begleiten. Was wünschen Sie sich für dieses neue Jahr als guten Vorsatz? Sie ganz persönlich? Ich ganz persönlich als erstes natürlich, wie ich es auch allen Zuschauern wünsche, ein gesundes Jahr. Gesundheit ist die Voraussetzung dafür, dass wir das schaffen können, was wir uns auch vornehmen. Glück und Erfolg in der eigenen Familie, das wünscht sich auch jeder. Und ansonsten möchte ich natürlich einen Beitrag dafür leisten, dass wir die gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland fortsetzen können, dass mehr Menschen in Arbeit kommen. Das ist, glaube ich, für viele Familien dann auch ein neues und gutes Lebensgefühl. Vielen herzlichen Dank und eine erfolgreiche Klausurtagung. Dankeschön. Danke. Danke.